Das ist es! Das Wettbewerb wird heute Abend entschieden! Das ist nicht die Amateurs in der Welt! Du hast die Chance, etwas tolles zu machen! Du bist so groß! Oh! Big Kick! Wo unter anderem auch ein Massiv da sein wird! Fight Night in Köln! Und ganz besonders freue ich mich auf meinen Bruderherz Farid Bang! Und unter anderem wird ja noch Casey Rebbel da sein und Fahd! Also ist für jede Menge Action besorgt! Wird ein Fahd! Ich denke mal, das wird spannend auf der Fight Night! Wir sehen uns auf jeden Fall! Bis dahin mein Freund Halt die Augen steif! F-Nazisi! Ein Casey Rebbel! Aber ich denke, wir werden unsere Aufgabe gut meistern! Und werden den Leuten eine gute Show bieten! Und die Kämpfer ebenso! Ich denke, das wird doch ein toller Abend! Ein Farid Bang! Und die Street Cinema Leute, die sind ja immer dafür bekannt, dass sie die ganzen Videomädels da einladen! Ja, ich freue mich voll auf Farid! Und Casey, du auch mehr! Und das macht mich Spaß! Was schon mit mir und alle nach Hause! Und ja, da habe ich ganz viel Spaß! Du bist ein Fahd! Ich bin auch dabei! Casey Rebbel ist auch ein Herr! Und derjenige, der das Ganze moderieren wird, wird niemand anderes sein als... Echo Frick! Echo Frick! Meine Damen und Herren! Ich werde übrigens auch live vor Ort sein bei der Street Cinema Fight Night Nummer 4 im Kölner Bootshaus am 6. Oktober und werde das Ganze für euch moderieren! Also kommt vorbei! Kommt vorbei! Meine Damen und Herren! Wir sind da! TV-Straßensound, Street Cinema! Wir sind drauf! Holt euch Tickets unter www.streetcinemashop.de oder eventin.de slash streetcinema www.streetcinemashop.de www.streetcinemashop.de www.streetcinemashop.de